yo was geht heute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal zu einem längeren video nicht zu meinen schwarz videos endlich mal wieder ein geiles video und heute fahren wir ein bisschen auf dirtbike tour mit meinem dirtjump bike ich kann ja noch mal zeigen hier ist es richtig geil das hat auf jeden fall feiere ich auf jeden fall und ja ich würde es einfach mal sagen wir fahren ein bisschen los kamerastellung sollte noch ein bisschen anders sein und ja ich freue mich auf jeden fall schon mega darauf weil hier auch gerade diese straße neu gemacht wird die kann man echt gut in lang speeden und springen und das machen wir jetzt gleich mal so erster sprung geil und jetzt kann man auch noch schön weil hier so perfekte straße ist scheiße alles manual ziehen das geht hier so teilweise gut mein fahrrad ist mal wieder richtig dreckig dann würde ich sagen wir sehen uns auf jeden fall gleich beim nächsten spot wieder wenn es nicht so dreckig wird und ich auch mal von den mauern springe denn dafür sind wir eigentlich heute zum fahren losgefahren so leute jetzt haben wir erstmal die mauer hier runter das ist immer schon dass die vereinfachte so leute methode oh der hat schon so geknallt jetzt noch einen kleinen manual raushauen kann jetzt mal woanders hin yes alter trial fun ist natürlich auch dabei gucken oh fuck ey das ist geil und jetzt kommt das geilste hoch hoch und weiter 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 und runter jetzt auf dem weg zu edeka alter sitzt die kamera überhaupt safe noch eben paar manuals raushauen denn das was ich kann ist das auf jeden fall kann kann also das deutsch ist bei mir auf jeden fall schon mal unten durch und jetzt geht es auf die straße müssen mann nur ziehen dann gucken oh shit mann will jetzt hier tausend jetzt das war schon mal nix ja mal ein bisschen manual üben das wichtigste ich konnte aber auch schon mal ein bisschen besser manuals machen so wir stehen jetzt hier an so einer polizeiwache und alles ich kippe fast um und wir wollen jetzt mal ein bisschen trial fahren hier auch wenn es nur ein paar bürgersteige sind müssen lernen ist muss sein also muss ja auch lernen so hier und ein bisschen trial muss sein und hoch klein so ja das funktioniert eigentlich ganz gut der beste zeitpunkt wo ich mit dem video schluss machen werde ist mit dem hier wir stehen gerade vorm edeka und ich habe einfach gar keinen bock mehr es regnet es nieselt es ist einfach nur scheiße kalt und ich habe keinen bock mehr da kommt ein auto gerade okay ich würde sagen gelegentlich werde ich noch ein paar mehr videos machen ein paar andere videos machen wenn ihr wieder bock darauf habt wenn ihr ein like nach oben gebt und alles ich werde nochmal losfahren aber sonst kommen wir erstmal wieder shorts videos jo ich würde sagen bis dahin und ciao leute